Was? Die haben doch vorher nie was gemacht, oder? Wahrscheinlich nur, wenn man in der Mitte ist. So, vier Herzen haben wir wieder. Ja, finde ich geil. Und wir haben es hier durchgeschafft. Ach, nö. So, da ist die Maus. Programm schließen. Äh, Fullscreen. Lade das Spiel. Äh, dann warten, bis die Spielstände vom Spiel geladen wurden, damit wir die Spielstände laden können. Verdammt. Aha. Nein, das ist mal schon wieder zu viel. Ein Herz geht noch. Vorhin hat man es ohne Schaden rausgeschafft. Hallo? Hallo? Das kann es doch echt nicht sein. Ich hatte ihn doch einmal getroffen, oder? Wieder eineinhalb Herzen verloren. Äh, das ist voll der Scheiß. Nee, wisst du was? Das ist lauptsächlich einfach neu. Das kann es doch nicht sein. Dauernd verrecke ich hier. Da, so muss das gehen. Oh gut, ein Herz wäre mir jetzt lieber gewesen, aber ich speichere das jetzt einfach mal. Wir haben immerhin noch die Fee. Oh, fuck. Nein. Laden. Wieso habe ich nicht direkt von der Tür gespeichert? Das war natürlich jetzt übelster Fail. Aber wir wissen ja jetzt, dass da bei dem linken Krug da kein Herz ist. Auch hier ist kein Herz. Nirgends ein Herz. Nirgends ein Herz. Okay. Da hätte ich halt so einfach so durchgehen können. So, hier ist... Ja. Gut, also wir haben jetzt dreieinhalb Herzen mehr als vorher. Das mache ich auch schon mal so, bevor ich jetzt speichere. So, da müssen wir nicht jedes Mal den Vorhang wieder aufmachen. Und jetzt versuchen wir unser neues Glück. was mache ich da für ein Scheiß? Einmal getroffen. Zweimal getroffen. Dafür aber schon fast tot. Drei Mal? Oh, scheiße. Aber jetzt haben wir dafür die Fee. Äh... Drei Mal haben wir ihn schon getroffen. Ich weiß nicht, wie oft wir ihn treffen müssen. Wahrscheinlich... Ich gehe davon aus, dass wir ihn sechs Mal treffen müssen. Verdammter Scheiß-Blitz. Der Blitz hat mir jetzt zwei Herzen abgezockt. Vier Mal getroffen. Ja, hallo? Könnt ihr jetzt mal aufhören mit dem Scheiß? Na, klasse. Fünf Mal hatten wir ihn getroffen. Und es hat nur nicht geklappt, weil die Deuerauffall gemacht haben. Dann plötzlich... Wie verrückt. Das ist natürlich blöd, wenn das blaue Teil kommt. Wieder das blaue Teil. Nein! Das war jetzt natürlich voller Scheiß hier. Ähm... Vor allem war ich besser, bevor wir die Fee benutzen mussten. So. Für den Blitz bin ich einfach zu langsam. Muss ich ehrlich sagen. Da hat mich jetzt gerade das Scheiß-Teil erwischt. Wenn er erscheint, müsste man ja eigentlich ausweichen. Nein! Aber... Ähm... Wie gesagt, da bin ich einfach zu langsam dafür. Wow! Das war jetzt Glück. Aber ich glaube, wir haben ihn erst ein- oder zweimal getroffen. Und das... Das schafft man nicht mehr mit diesem... Ja. Sag ich doch. Die Feuerteiler gehen einem voll auf die Nerven. Die schießt... Seht ihr das? Da schießt er schon wieder zweimal, dreimal? Wie... Übelst wie ein Maschinengewehr. Schießen die. Scheiß, jetzt kommt der Blitz. Oh, ne... Oh, nö. Ich war doch... Hat mich jetzt echt ein Strahl getroffen? Das kann's doch nicht sein. Ich dachte, mich hätte keiner getroffen. Hätt ich jetzt immer noch gedacht, jetzt nach dem Aufstehen. Nein! Scheiß roter... Blöder... Feuerkugeln. Feuerkugeln. Und dann war's... Ja, und dann hüft mich der Blau auch noch. Er zieht natürlich genau dahin, wo ich bin. Und in dem Moment, wo ich weglaufen will, um den roten Feuerkugeln auszuweichen, äh... trifft er mich. Okay, das war's. Den Zauber konnte er nicht mehr sprechen. Oder besser gesagt, war nicht mehr nötig, dass er den spricht. Ja, klasse. Blöde Feuerkugel, ey. Die gehen mal so oft, die nerven. Ich glaub echt, das ist reine Glückssache, dass da mal so wenig Feuerkugeln... Äh... Ach komm, ich war doch direkt davor. Dass da mal so wenig Feuerkugeln schießen, dass ich den echt besiegen kann. Ach komm, ey. Hey, ich die jetzt echt angreife. Muss ich Blauen angreifen, damit sie zerschießen. Ich hab... Ich hab ja bisher immer gedacht, dass sie von alleine zerspringen. Wenn sie mich erreichen. Wieder ein Blitz. Und das war nix. Wieder Blau. Ach komm. So, natürlich wird das jetzt dann gleich wieder nichts... Äh... Die scheiß Feuerkugel hat mich erwischt. Dass man da auch nichts dagegen machen kann. Nicht mal das Schild hilft dagegen. Ah, das war jetzt ein Fehler, dann nach rechts nochmal zu gehen. Boah, ich war doch direkt davor. Vor dem. Gut, aber wir haben eine Fee und der Ball, der trifft. Dann haben wir zumindest einmal genommen. Also vorhin, vorhin war man, war man so gut und jetzt wieder total scheiße ist. Gibt's auch doch nicht, oder? Natürlich schießt er dann wieder so, dass er mich trifft. Aber ist ja auch logisch, der will mich ja auch treffen. Komm, hey. Da steht man direkt vor ihm und die Kugel pehlt einen Millimeter von ihm ab. Wow, habt ihr das gesehen? Aber dafür haben mich die Feuerbälle erwischt. Oder besser gesagt, einer. Boah, jetzt hätte ich fast die Feuerkugeln vergessen. Schon auch ab. Und er trifft mich. Spiel laden. Ah, das war ja klar. Wow, getroffen. Nein. Ah. Verdammt. Scheiße, ich hab Kopf, da bin ich... So geht's. Nein. Und jetzt sterbe ich und ich stehe gleich auf und weh, ich kriege jetzt noch einen Schaden von der Feuerkugel da. Von der großen, meine ich. Die, äh, die der Dregor schießt. Oh, Mist. Mit ein bisschen Glück hätte ich die sogar noch zu ihm zurück schleudern können. Ich weiß gar nicht, wie oft wir den in diesem Spiel schon getroffen haben jetzt. Ich glaub, zum dritten Mal jetzt. Ah. Das müsste jetzt das vierte Mal gewesen sein. Wow, gar nichts hat's getroffen. Weder die Feuerkugel noch der Blitz. Das war voll geil. Oh. Habe ich auch so in die Tasse losgelassen. Fünfmal. Ich glaub, einmal nur noch. Kommt, das schaffe ich, das schaffe ich. Äh, jetzt war das blau. Nee, komm, weh, du machst jetzt einen Blitz. Na, klasse. Nee, jetzt macht er einen Blitz und killt mich, oder? Das war so klar. Da treffe ich ihn schon mal fünfmal und er macht einen Blitz. Einmal. Links kriegen ihn ja eh wieder nicht. Und er bleibt links, dann können wir schön ausweichen. Wow. Ah. Zweimal. Ah, Mist, jetzt hat mich eine Feuerkugel getroffen. Oh. Gut, wenigstens hat mich der Blitz, ähm, vor der Fee getroffen. So konnte er mir nur ein Herz abziehen. Ich glaub, zweimal hat man jetzt schon getroffen, oder? Dreimal. Viermal. Viermal. Boah, jetzt bin ich ja voll gut, jetzt hab ich einen Lauf. Oh. Nee, komm, hä, war ich jetzt zu nahm ihm dran. Hatt, hatte ich auch noch nie. Lieber die Feuerkugel als der Blitz. Ah, scheiße. Das hat er natürlich auf mich gezielt, das hatte ich vergessen. Fünfmal, glaube ich, haben wir jetzt. Sechsmal. Wie oft muss ich den dann treffen? Nee, und da trifft mich ganz knapp der Blitz. Dabei war ich doch grad so gut und wir haben ihn sechsmal getroffen. Wie oft müssen wir den dann treffen? Zehnmal? Da können wir ja noch morgen hier sitzen. Ihr sitzt wahrscheinlich schon morgen hier. Vielleicht sogar schon übermorgen. Der hat ein bisschen schief geschossen. Nein. Also die Feuer, es war die scheiß Feuerkugel, der Ding, das magische Geschoss, von dem hab ich zurückgeschmissen. geschossen. Das war der Blitz, glaube ich. Eigentlich wollte ich nach rechts, aber mein Finger hat nach links gedrückt und das war gut so. Da wäre mir jetzt die blaue Kugel lieber gewesen als die Feuerkugel denn die blaue zieht nur einen halben Punkt ab. Ein halbes Herz. Nee, da war wieder so schlecht. Also, ich glaube, das ist echt da muss ich echt glück um das zu schaffen. Ah, jetzt hab ich die linken außer acht gelassen. Komm schon. Ich werd's doch einmal schaffen. Ich bräuchte echt Glück mit Dräger, der Position von Dräger, dass er jedes Mal hier bei mir hinten ist, aber nicht an diesen zwei Positionen, wo der wo er nichts schießen kann und ich bräuchte auch Glück, dass er keinen Blitz macht oder nur ein, zweimal vielleicht und dass die oder dass auch vielleicht mal die scheiß Feuerteile nicht so viel spucken, aber die spucken wie das Abziesgelegte war bisher bloß vorne und an den Teilen, wo er nicht schießen kann. Wieder vorne. Klasse. Boah, das war jetzt fast ins Auge gegangen. Wird ich rechts sein müssen? Ich weiß nicht, woran ich das erkenne, was der macht. Also, welchen Blitz er schießt. Habe ich keine Ahnung. Na, klasse. Und dann schießen sie wieder so perfekt, dass ich nicht ausweichen kann. Gut, diese eine Herz war es mir jetzt wert. Da hätte ich jetzt lieber eine Zauberkugel von ihm gehabt. Nein, ein Blau. Und ein Blitz natürlich. Die blauen Teile dürfte er auch nicht schießen. Das wäre viel besser. Ich nicht blöd. Ich hätte ich ja jetzt eigentlich zu ihm vorgehen sollen. Genau so. Und dann renne ich nach rechts, nach links, statt nach rechts. jetzt. Und schon. List. Ein Herz habe ich noch. Ein einzelnes Herz. Eine Feuerkugel und ich bin tot. Und ich garantiere, ich würde fast wetten, dass mich eine Feuerkugel tötet. Ja, klasse. Dass mich eine Feuerkugel tötet.